Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zweimal und halb mal die gesamte Basis erledigt, dann erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldaten an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Das ist Karrusland. Hinweis zu eventuellen anstößigen Inhalten. Es kann sein, dass manche Spiele die folgenden Missionen als anstößig empfinden. Sie können die Missionen jederzeit im Pausenmenü überspringen. Ich werde sie überspringen. Ihr werdet euch vielleicht fragen, wieso. Ich habe sie gespielt und ich finde sie anstößig. Sowas will ich nicht spielen. Und ich will es auch nicht zeigen, dass... Nein. Ich werde es ja auf jeden Fall... Nein, weil... Man läuft mit diesem Makarov durch den Flughafen-Terminal und... Ja, es ist ein reines Massaker. Und das... Nein. Ich habe es einmal gespielt, ich werde es nie mehr spielen. Ja. Ja. Ja.